Was wäre ein Tag ohne Trash-News beim Cryptospace? Nun gut, der Bermark ist aktuell eher uninteressant, zumindest für die meisten da draussen. Dann kommen solche dreckigen News ja sehr gut zu sprechen. Wir reden natürlich wieder von Sam Bankman-Fright. Es gibt gerade so neue Indizien, wie seine Familie gerade die Kaution von 250 Millionen Dollar stemmt. Und ich werde jetzt mir nicht glauben, was da wirklich passiert. Wir werden das gemeinsam in diesem Video besprechen. Auch haben wir wieder ein bisschen Kaufsignale von Michael Saylor bekommen. Und wir haben ganz viel Spannendes in der Chartanalyse zu sehen. Wenn du nichts verpassen willst, mein Name ist SwissCryptoJ. Ich informiere euch täglich über die wichtigsten News rund um die makroökonomische Lage und natürlich die reinen News rund um den Cryptospace. Bleib also dabei, hau auf den Abo-Button. Wir legen ASAP los. Und wir starten mit dem 4-end Greeny-Nex. Wir liegen weiterhin bei 28 Punkten, hat also keine grossartige Änderung gegeben. Zum Vortrag, immer noch im Angstbereich, seid also dementsprechend vorsichtig. Wir haben ja bereits schon den Tweet gesehen von Michael Saylor. Sie haben wieder bekannt gegeben, das sieht zum 27.12. Nochmal 2'500 Bitcoins dazu akkumulieren zu ihren 130'000 Stück, zu einem mittlerweile Durchschnittspreis bei 30'000 Dollar. Ich persönlich bin kein Fan von Michael Saylor. Ich finde es gut, dass er Bitcoin verstanden hat. Er sieht das natürlich als reine Geldmaschinerie. Insbesondere die Investoren, die dahinter stehen und auch Dollar zur Verfügung gegeben haben, um eben das zu kaufen. Die wollen irgendwann Dividenden sehen. Das bedeutet, das Unternehmen wird auch irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt, sei es bei 100'000 oder mehr, werden die natürlich auscashen und das wird natürlich einen gewissen Impact geben. Nichtsdestotrotz ist es spannend, wie ihre Spotkäufe oder ihre Akkumulationsstrategie funktioniert. Da kann man nichts dazu sagen. Ist sicherlich der Zeitpunkt nicht der dümmste gewählt, auch wenn wir nochmals Möglichkeiten für tiefere Tiefs haben. Was wäre ein Tag ohne SPF? Sam Bankman-Fried oder eigentlich Samuel Bankman-Fried hat ja Hausarrest. Er darf zum Joggen rausgehen, er darf Leute empfangen. Und das ist ganz schön frech. Wenn man das so ganz anschaut, jetzt habe ich mir das eine oder andere ein bisschen überlegt. Er hat ja Kaution gekriegt. Für 250 Millionen Dollar bekam er Kaution. Aber das Haus, wo er jetzt gerade lebt, in Palo Alto, also in der Nähe vom Campus der Stanford University, hat eigentlich nur einen Wert von vier Millionen. Und die Eltern mussten ja das Haus als Sicherheit hinterlegen. Das Ganze hat mich natürlich ein bisschen skeptisch gemacht. Das ist übrigens gerade das Anwesen relativ auch bescheiden. Das hat irgendwie vier Schlafzimmer, drei Badezimmer für ein Vier-Millionen-Haus und ein Pool. Naja, der Pool sieht auch nicht gerade gereinigt oder sauber aus, aber das ist nicht meine Geschichte. Fakt ist, dass das, was ich gesagt habe. Er hat ja in einem Interview ganz klar gesagt, von seinen Milliarden sind noch ungefähr 100'000 Dollar übrig. Aber die Kaution, und das ist das, was alle ein bisschen skeptisch machen. In der Regel bei gewissen Fällen werden Kautionen hinterlegt, respektive mit einer Vorauszahlung bereits bestätigt. Die Eltern haben diese Vorauszahlung in Form einer Kaution von ihrem Haus gegeben. Somit wären also vier Millionen Anzahlungen. Puh, also keine fünf Prozent wurden hier also angezahlt für die Kaution von 52 Millionen Dollar. Finde ich einen mutigen Schritt vom Gericht. Aber, was mich dann nochmal ein bisschen skeptisch gemacht hat, ist, dass er noch Hausbesuche bekommen hat. Okay, man hat Morddrohungen, er kann nur joggen mit irgendwie Begleitpersonen, also da sind Sicherheitsmänner dabei. Die kosten übrigens die Familie in der Woche 10'000 Dollar, die sie zusätzlich auch noch bezahlen müssen. Auch das, ganz komisch, woher plötzlich das ganze Geld noch kommt. Und, wo ich da nicht ganz schlüssig draus geworden bin, nach diesem Bericht, ich bin noch gespannt. Die Tiffany Fong wird da noch natürlich nach ihrem Urlaub nochmal einen kleinen Bericht draus geben. Da bin ich sehr gespannt. Und er hat ja am 3. Januar auch in New York dann, wo Betrugs und Verschwörung auch dann angeklagt wird, hat mir das Ganze nicht gereicht. Also bin ich da nochmal ein bisschen tiefer in einen anderen Bericht reingegangen. Und da ist etwas ganz Interessantes passiert. Und zwar hat die Community von FTX etwas ganz Spezielles aufgedeckt. Wir haben nämlich herausgefunden, dass bei Alameda Research jetzt plötzlich Transaktionen passiert sind. Und haltet euch fest, im Wert von 250 Millionen Dollar. Das ist ganz speziell. Denn was mit dem Geld passiert ist, ist noch viel mysteriöser. Man hat das in verschiedenen Bereichen abgehebt. Mit einer bestimmten Wallet-Adresse. Zum Glück gibt es die Blockchain. Da kann man ganz schön reingucken. Da wurden über 600 Ethereums, die der Alameda gehören, weggenommen oder respektive in USDT getauscht. Und die dann eigentlich zu Change Now, das ist so ein Mixer, geschickt, wo dann wieder in Bitcoin getauscht wird. Also somit hat man Ethereum in USDT und man sagt eigentlich, dass Change Now eigentlich so ein Bereich ist, um die Ganze in einen Mixtopf reinzuwerfen, um ein bisschen die Spuren zu verwischen. Nicht ganz so, denn es hat tatsächlich ein Analyst, ein Analyst, ein Analyst in Sach, XPT, der hat das relativ gut nachvollziehen können und hat das auch aufgezeigt, wie die Transaktionsroute aufgebaut ist. Diese Plattform wird natürlich sehr häufig von Hacker genutzt. Und ja, das ist sehr interessant. Das bedeutet, also die grössere Wahrscheinlichkeit, man wartet natürlich jetzt noch darauf, was passiert. Aber wenn das jetzt eben kommt, dass er hier in dem Bereich die 250 Millionen USD bezahlen muss für die Kautio und man das herausfindet, dass es von Alameda Research kommt, ich weiss nicht, ob der Staat das überhaupt annehmen darf und was dann noch natürlich mit Alameda Research passiert. Und wer hat von Alameda Research überhaupt die Transaktion getätigt? Denn er darf das ja nicht. Er darf maximale Transaktionen von 1'000 Dollar machen. Also wer hat das getan? Und wird diese Person auch noch mal straflächtig verfolgt? Das sind also ein bisschen die Fragen der Fragen. Wieder mal was ganz Krasses aufgedeckt über SPF. Meiner Meinung nach, Leute, er ist und bleibt ein Betrüger. Es wurde auch in diesem Bericht gesagt, sie verstehen es nicht. Andere Hacker früher wurden zum Beispiel auch mit Hausarrest-Kaution zwar freigelassen, aber ihnen wurde ein Computer und das Internet weggenommen. Er hat Zugang dazu. Es gibt jetzt auch schon Theorien, dass Leute von Netflix da waren, um ihn oder für über ihn eine Doku zu machen, wo er wahrscheinlich auch wieder Geld verdient. Also es ist und bleibt für uns natürlich weiterhin sehr, sehr spannend um dieses Thema. Wenn man jetzt aktuell ein bisschen global den Markt oder das Interesse anschaut, gibt es natürlich die Möglichkeit, mit Google Trends das ein bisschen anzuschauen. Ich habe jetzt das Bild ein bisschen breiter gezogen, dass man es hier auch ein bisschen erkennen kann. Sehr interessant ist, das Rot ist Gold, Blau ist Bitcoin. Also wir sehen, dass Bitcoin hier ziemlich underperformt, auch gegenüber dem Dollar. Fakt ist aber, dass Spanien ein Land ist, das aktuell sehr proaktiv nach Bitcoin gesucht wird, wie aber auch Türkei, Kolumbien, Holland und die Schweiz. Also wir sehen, dass hier dennoch weiterhin grosses Interesse da ist, was das Bitcoin anbetrifft, aber natürlich massiv eingebrochen und Gold steht aktuell natürlich massiv hoch. Wenn man das im Detail anschaut, sieht man, dass Gold sehr stark in Australien und aber auch in Russland gesucht wird. Wie und wer natürlich dahinter steckt, das ist natürlich eine andere Frage. Ja, Bitcoin hat wieder eine kleine Kurskorrektur gesehen. Ich habe mich jetzt kurz ausgeblendet, um das besser einzuzeigen. Das ist die aktuelle Wallmap. Hier sehen wir, dass wir den grössten Support bei 16.600 bis 16.500 Dollar haben. Also eigentlich genau an diesem Punkt, wo wir gerade stehen und wir performen eigentlich auch aktuell unterhalb der S1-Linie. Und das wird natürlich dann wieder etwas spezieller auch für uns. Und aus diesem Grund würde ich auch sagen, liebe Freunde, gehen wir langsam aber sicher rüber in die Chartanalyse und prüfen uns für uns, wohin noch die Reise gehen könnte. Ist es interessant zu akkumulieren für Longs oder sollte man sich langen und sich für einen grösseren Short vorbereiten? All das gleich in der Chartanalyse. Wir starten natürlich hier im 4-Stunden-Chart. Also im 4-Stunden-Chart sehen wir aktuell immer noch unser Dissending-Trangle, das ist ein bärisches Pattern. Aus einem bärischen Pattern ist es bei Dissending-Trangle gibt es so reine Möglichkeit einen Trendbruch über einen Kreuzbruch. Der Kreuzbruch wäre so nach oben, über die obere Trendlinie. Dafür brauchen wir aber positive News. Die positiven News sind aktuell ausgeblieben. Positiv könnte es sein, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine beendet wird. Aktuell ist es hier im Gegenteil ein bisschen so. Also ich sehe da noch kein Ende. Wir haben den Konflikt zwischen China und Taiwan spitzt sich zu. Nordkorea, Südkorea spitzt sich wieder ein bisschen zu. Also es ist immer so ein endloses Thema, wo wir uns einfach ein bisschen die Augen öffnen müssen, zu überlegen, wo wir noch positive News sehen können. Aktuell brauchen wir Volumen in den Markt, solange wir keine Erleichterung sehen. Auch jetzt in Bezug der Zinspolitik müssen wir uns jetzt hier keine grosse Hoffnung machen. Das Target hier weiterhin zwischen 12'000 und 12'800 Dollar rum, wo wir runterfallen könnten. Aktuell ist es so, dass wir zwischen der R1 und der S1 hin und her geswappt sind. Mittlerweile haben wir den Bruch gesehen und performen eigentlich genau jetzt auf diesem Level. Ich habe euch vorher die Wahlmap gezeigt. Wir können jetzt natürlich noch zur Hilfe das Volumenprofil dazu nehmen. Man muss beim Volumenprofil einfach sagen, es ist nicht die Wahlmap. Also bei der Wahlmap sind auch alle drin. Man kann mit oder ohne, ich zeige es immer mit allem zusammen. Das ist anhand von einem Algorithmus errechneten Vergangenheitsdaten. Das ist ein Indikator, keine API angebunden. Es ist sehr wichtig, dass ihr das wisst und versteht. Da wäre aktuell so bei 16'800 Dollar der grösste Widerstand errechnet. Da würde ich jetzt eher noch auf unsere R1 gehen. Ist okay, kann man nehmen, kann man nehmen ohne weiteres. Aber ich bleibe aktuell noch ein bisschen mit der R1 verbunden, weil wir auch immer wieder Ausschläge sehen nach oben. Ist es jetzt sinnvoll zu akkumulieren? Natürlich kann man akkumulieren, Longs. Ich gehe da aber jetzt auf die Expertise eher von langfristigen oder ich sage jetzt mal erfahrenen Trader aus. Also Leute, die jetzt völlig keine Ahnung vom Trend haben, finde ich es aktuell viel zu heiss zu traden. Passt mir da wirklich auf. Überlasst es eher den Größeren, den Profis. Auch die machen, by the way, Fehler. Wir hätten aber auf jeden Fall einige Boden, die wir holen könnten. Das wäre unter anderem hier bei 16'260 Dollar. Dann natürlich hier unten nochmal ein Dribble Button bei ungefähr, was war das, war bei 15'450 Dollar aufgefüllt. Das wäre dann nochmal möglich. Also ich hätte gerne nochmal eine Bestätigung unten auf dieser Trendlinie. Erstmal könnten wir nochmal zurückfallen auf die S2. Auch wenn gerade die kurzfristige, wie aber auch die langfristige, und wir schauen uns eigentlich jetzt aktuell, gehen wir mal nur auf die langfristige, da sehen wir, wie wir uns gerade entwickeln. Also ihr seht hier, die grauen Balken ist eigentlich schon wieder eine Abschwächung der bärischen Stärke. Wenn die blaue, die gelbe Signallinie, also die blaue MICD-Linie, die gelbe Signallinie von unten nach oben kreuzt, ist es ein bullischer Cross. Und wir sind ja in der Nähe auch, also wir sind nicht weit weg vom goldenen Schnitt, um wieder in den bullischen Bereich zu kommen. Dann ist es natürlich schon machbar, dass man nochmal Kraft kriegt. Wenn man Kraft kriegt, dann eben rechne ich mit einem Abpraller aktuell bei der R1. Wenn man jetzt im kurzfristigen Timeframe mit der Fibonacci Retracement arbeiten möchte, dann kann man das auf diesem Weg tun. Man geht vom Higher High zum Lower Low. Achtet darauf, dass hier nicht inverted steht. Das wieder ändern. Und dann sehen wir eigentlich, dass wir hier beim 0,236er Kreuzwiderstand wäre dann auch noch hier, plus minus beim 0,382er. Das wäre dann ungefähr bei 17'000 Dollar, sollte man wieder da hochkommen. Man redet auch nicht von grossen Moves aktuell. Wie gesagt, es fehlt aktuelles Kapital im Markt. Ein Marketmaker hätte die Chance, komplett im Markt zu spielen. Der könnte jetzt eigentlich theoretisch fischen, wie er möchte. Warum sie das gerade nicht tun, auf was sie abwarten, kann ich auch nicht sagen. Bei einer gewissen Grösse würde ich wahrscheinlich jetzt schon mit dem Markt ein bisschen spielen. Aber wir warten mal ab und beobachten es weiter, wie die Entwicklung geht. Wenn wir jetzt nochmal hochkommen, dann hätten wir den ersten Widerstand bei 16'750 plus minus. Und dann nochmal bei 16'900 Dollar. So, also beobachten wir das natürlich weiter. Die RSI hat bereits schon wieder Long-Akkumulationszeichen gegeben. Auch das ist gut. Denkt aber daran, dass es für einen kurzfristigen Zeitraum gedacht ist, nicht langfristig. Weil wir sind immer noch in einem bärischen Pattern mit einem Ausbruch runter auf 12'873. Auch mit Shorts kann man natürlich dann wieder vorbereiten. Da würde ich zum Beispiel dann Richtung 0,5er arbeiten, um in diesem Bereich hier wieder neue Shorts zu planen. Aber vorher wäre es aktuell viel zu riskant. So, mehr gibt es dazu, nicht zu sagen. Bleibt mir safe auf der Seite. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen da. Wenn du auch eine Meinung zu Samuel Bankman-Fried hast, ob das jetzt ein bisschen Verschwörungstheorie war oder ob da wirklich was dran sein kann, schreibe es gerne unten in die Kommentare. Würde mich natürlich wundern, nämlich sagen, Tschüss zu der Schweiz, bleibe gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Musik 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 Musik